Musik Ja, es ist ein bisschen aufregend, muss ich sagen, nach all dieser Zeit wieder analog mit Menschen zusammen zu sein. Sonst sehen wir uns nur in Webinarräumen und ich freue mich natürlich darauf, dass wir auch so richtig in den Dialog treten können und wir haben heute das Thema der unsichtbare Markt und vorhin klingt ja so ein bisschen wie drei Fragezeichen, eigentlich so ein bisschen mystisch, ist es aber gar nicht. Wie bin ich da drauf gekommen? Der unsichtbare Markt ist eigentlich all das, was wir nicht sehen können, weil es irgendwie unter der Oberfläche liegt. Und eigentlich bin ich darauf gekommen, bei dem Thema Nachbarschaftsverkäufen und bei dem Thema Privatverkäufe, also die ohne Makler stattfinden. Und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich für ein Markt, den wir da so nicht richtig fassen können, den wir nicht sehen können oder der sich erst ein Jahr später in den Gutachterausschüssen widerspiegelt. Und ich fand es ganz spannend, da mal zu schauen, wie funktioniert der eigentlich, was ist denn da los, was haben diese Menschen, die privat verkaufen, für Bedürfnisse. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich eigentlich festgestellt, dass diese Dimension des Unsichtbaren eigentlich auf fast alle Bereiche sich anwenden lässt. Also es lässt sich auch auf unser eigenes Tun anwenden, denn auch Sie machen viele Dinge, gerade im Online-Marketing, die für Sie eigentlich unsichtbar sind. Ich fand gestern den Vortrag von Florentino super, weil er das ganz toll über diesen globalen Blick darstellen konnte, was da eigentlich für Prozesse im Hintergrund stehen, was die Denke ist von Startups. Und wir wollen heute mal schauen, was können wir eigentlich jetzt wirklich konkret in unser Unternehmen bringen und wie können wir das anwenden und umsetzen. Und ich bin ja sehr an der Front, wir sind eben im ganzen Bundesgebiet unterwegs und deswegen sprechen wir natürlich viel mit vielen verschiedenen Maklerunternehmen, die sehr unterschiedliche Erfahrungen auch haben. Und was ich halt immer wieder feststelle ist, dass wir unfassbar viele Dinge tun, ohne eigentlich so das Wissen darüber zu haben. Also es werden SEO-Agenturen gebucht, SEA-Agenturen und so weiter und so fort. Aber die Wirkung oder das, was man damit eigentlich erreichen will, ist weitgehend unbekannt. Sondern man möchte das natürlich gerne abgeben, weil man vielleicht selbst diese Kompetenz nicht hat oder aufbauen muss. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was für Wirkungsweisen und für Hebel? Und deswegen wollen wir uns heute auch mal ein paar Zahlen anschauen einfach und ein paar Effekte. Es wird also heute nicht so eine große bunte Bildchenshow, sondern wir gucken mal wirklich konkret in Zahlen und in Fakten rein. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge von ableiten und werden vielleicht Dinge erkennen können, die uns bisher nicht sichtbar gewesen sind. Also unser Marketing, was auch irgendwie an manchen Stellen unsichtbar ist, ist vielleicht gar nicht so unsichtbar. Man muss vielleicht nur genauer hinschauen. Und das soll unser Thema sein heute. Das ist mein Pointer. Vielleicht nochmal zwei Worte zu mir. Mein Name ist Jan Gricheldorf, Geschäftsführer von Wordliner. Wir sind seit mittlerweile zwölf Jahren ausschließlich in der Immobilienbranche als Kommunikationsagentur unterwegs. Der eine oder andere hat uns kennengelernt als Videomarketing-Spezialist. Denn wir haben ganz am Anfang ja ganz viele Makler-Videos gemacht zu typischen Fragen wie, warum Makler, warum Alleinauftrag. Das war mal ein super Trend auf jeden Fall, bis wir auch gemerkt haben, Mensch, wir verkaufen gerade in einem Land, wo man barfuß geht, Schuhe. Das waren dann so Anrufe. Die kamen, so könnt ihr uns das Video mal auf 3 MB runterrechnen. Dann haben wir gefragt, warum eigentlich. Ja, wir wollen das per Mail verschicken. Dann haben wir gemerkt, oh, da läuft irgendwas noch nicht so, wie das eigentlich angewendet werden sollte. Und sind dann immer tiefer reingekommen und haben eigentlich festgestellt, Videomarketing ist ja wirklich nur die Spitze des Eisberges. Ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, aber eben wirklich nur ein kleines Element, ein kleiner Faktor von Kommunikation im Maklerunternehmen. Und ja, also die hellwach, während andere noch schlafen, trifft heute nicht ganz zu. Es sind ja doch ganz schön viele da. Aber ich freue mich auf die nächsten 40 Minuten und möchte vielleicht mal da anfangen, wo es gerade wehtut. Ich weiß, dass hier natürlich wahnsinnig viele Makler unterwegs sind, wo es gar nicht wehtut momentan. Also die mehr Objekte haben als letztes Jahr, die nicht unbedingt in diesem Akquisedruck sind. Aber ich weiß, es gibt auch viele andere Unternehmen, bei denen ist das nicht der Fall. Ja, und es ist immer sehr spannend zu schauen, bei wem funktioniert was eigentlich sehr erfolgreich und bei wem funktioniert was nicht erfolgreich und warum funktioniert das nicht erfolgreich bei demjenigen. Und ich finde es ganz gut zu schauen, wo ist denn immer der Schmerzpunkt? Also wo müssen wir hingucken, wo tut es weh? Und was wir eben tatsächlich momentan feststellen können, ist, wenn wir auf den sichtbaren Markt schauen, der sichtbare Markt ist das, was portalübergreifend vorhanden ist, sehen wir eigentlich auch anhand solcher ganz simplen Auswertungen, was nicht sichtbar ist. Ja, jetzt mal ausgewertet, ich glaube es ist Mainz, ja, Mainz, Haus, Kauf, 13 Angebote. Der Radius ist relativ eng auf die Innenstadt beschränkt, aber diesen Test kann man in fast allen Metropolen durchführen und man wird feststellen, dass wir eben eine massive Verknappung der sichtbaren Angebote haben. Wohl wissend natürlich, dass neben diesem sichtbaren Markt ganz viele Geschäfte ablaufen, die wir nicht sehen. Also, dass unter Nachbarn und Bekannten und Freunden gehandelt wird, die erscheinen schon gar nicht im Portal, aber auch natürlich diskrete Vermarktung. Also, vielleicht mal in die Runde gefragt, wer von Ihnen stellt denn noch ins Portal eigentlich ein oder wer verkauft eine Immobilie einfach nur über den eigenen Bestand? Mal Hand hoch, rein, einfach nur Bestand, also Suchwünsche, allem nachher noch Portal? Okay, gut, also dann kann man die Quote auch schon mal ein bisschen reduzieren. Also, das heißt eigentlich, dass die gewerblichen Angebote dann, wenn ich jetzt nur mal so in die Runde blicke, dann doch relativ vollständig auch im sichtbaren Markt vorhanden sind. Also, ganz ohne Portal geht es noch nicht, ist dann eher die Ausnahme. Ja, ich habe mir hier einen Chart geliehen von Sprengnetter, was ich ganz spannend finde. Da hat Sprengnetter mal ausgewertet, wie das Bestellerprinzip sich eigentlich ausgewirkt hat auf die gewerblichen Angebote und auf die, die ohne Makler angeboten werden. Und wir sehen, dass also ab Dezember 20 diese Schere, die wir da sehen, sich schließt. Das heißt also, wir haben mehr Angebote, die ohne Makler angeboten werden und wir haben weniger gewerbliche Angebote. Haben Sie auch das Gefühl, dass das so ist? Ja? In einigen Regionen? In welchen Regionen haben Sie das Gefühl, dass die Privatanbieter, also vielleicht einmal Hand hoch, wer sagt, die Privatanbieterangebote sind gestiegen in meiner Region? Okay, ein Drittel würde ich mal tippen jetzt, ja, ungefähr. Also es ist eine spannende Tendenz, die wir da haben. Und wenn wir so einen Markt sehen, der nicht sichtbar ist, dann müssen wir immer gucken und analysieren, wer sind denn überhaupt die Teilnehmer und wer hat hier eigentlich welche Interessen? Und wenn wir über Objekte sprechen und über Akquise, dann müssen wir uns natürlich sehr stark auf den Eigentümer fokussieren. Aber gibt es ihn überhaupt so, den Eigentümer? Oder haben wir nicht viele Eigentümer mit ganz verschiedenen Zielgruppen? Und das ist das, was wir eigentlich sehen, dass es eben nicht diesen einen Eigentümer gibt, sondern es gibt eben ganz verschiedene Eigentümer, und die in ganz verschiedenen Situationen sind. Ich habe die hier mal zusammengeführt. Wir haben also hier einmal den Nachfrager, der Eigentümer ist. Das ist eine sehr spannende Zielgruppe. Und ich glaube, es ist momentan eine, die sehr, sehr chancenreich ist. Problem ist nur, verkaufen werden die erst, wenn sie finden. Dann haben wir die Nachfrager, die Eigentümer werden. Ist das eine spannende Zielgruppe? Ich finde schon, sie gehören in die Datenbank, denn ich kann zwar mit denen kein Geschäft machen in den nächsten zwei Jahren, vielleicht auch mal schon, aber es ist eher die Ausnahme. Aber die Zielgruppe ist natürlich trotzdem spannend. Das ist eine sehr nachhaltige Zielgruppe. Also deswegen sind mir alle Nachfrager, die Eigentümer werden wollen, natürlich in meiner Datenbank sehr willkommen, weil ich mit denen weiterarbeiten kann. Nur muss ich sie eben in der Datenbank haben, sonst kann ich nicht mit ihnen weiterarbeiten. Ich kann ja nicht die Bindung herstellen, wenn ich die nicht irgendwo erfasst habe. Aber denken Sie mal an die Angebote, die Sie erfassen oder die Angebote, die Sie gerade draußen haben. Wenn Sie da auf ein Angebot 100 Anfragen bekommen und die sind in der Datenbank, dann sind das, wenn Sie sich die entsprechende Kontakterlaubnis holen, sind das 100 Leute, mit denen Sie in Zukunft weiterarbeiten können. Also aus diesen 100 Leuten, die Nachfrager sind im Moment und Eigentümer werden, werden ja wahrscheinlich ein gewisser Anteil eben doch auch Eigentümer. Und wenn ein bisschen Wasser den Reihen heruntergelaufen ist, dann habe ich die immer noch in meiner Datenbank und ich kann mit ihnen arbeiten. Diesen Fall hier haben wir relativ häufig. Eigentümer, die noch nicht verkaufen wollen, das stimmt einfach der Zeitpunkt nicht. Also man könnte mal sagen, die typische Frage, die Sie haben, ist ja, wollen Sie Ihre Immobilie verkaufen? Ja, nein, vielleicht. Und das vielleicht überwiegt halt einfach momentan. Das ist eben sehr stark. Und wenn Sie da, es hat ja in gewisser Weise was, wenn Sie nicht eine wirklich gute Strategie anwenden, hat das ja auch ein bisschen was Zufälliges, selbst wenn Sie Online-Marketing machen, dass Sie genau den richtigen Zeitpunkt erwischen. Das heißt also, Sie sind da genau in dem Moment, wo der verkaufen will. Aber der häufigere Fall ist, dass der Zeitpunkt gar nicht da ist. Und die Frage ist, was machen wir mit so einer Zielgruppe? Wie können wir die trotzdem begleiten? Und wie können wir vermeiden, dass die auf den Gedanken kommen, selber zu verkaufen? Das ist ja der entscheidende Punkt. Also wie können wir die herauslösen aus dem unsichtbaren Markt? Das ist Ihre Lieblingszielgruppe. Eigentümer, die verkaufen wollen. Klar, von denen gibt es nur momentan relativ wenige. Und wir können uns das auch direkt nachher mal anschauen, wie das in Zahlen sich ausdrückt oder in Messungen. Und daraus müssen wir natürlich auch Dinge ableiten. Aber das ist natürlich für Sie die spannendste Zielgruppe. Aber es sind eben tatsächlich momentan eher weniger. Und dann haben wir natürlich noch die Eigentümer, die nicht verkaufen können. Was sind das für Eigentümer? Die hindert halt irgendetwas. Also ein Niesbrauchrecht oder eine Erbengemeinschaft, die massiv verstritten ist. Also die würden eigentlich verkaufen, sie können nur nicht, weil Dinge geklärt werden müssen. Das ist die Frage, können Sie da helfen? Das sind so die Zielgruppen, die wir sehen. Die bringt Ihnen jetzt nichts. Die gibt es aber auch relativ oft. Deswegen habe ich sie hier der Vollständigkeit halber auch mit reingenommen. Das sind diese Bewertungsanfragen, die Sie bekommen, mit denen nichts passiert, die gar kein Interesse haben, dann was zu machen. Das sind Eigentümer, die nicht verkaufen wollen. Die wollen einfach nur mal wissen, wie hat denn sich so mein Vermögen entwickelt? Ist nett, mit denen in Bindung zu bleiben, denn es kann sich bei denen ja auch die Lebenssituation verändern. Aber auch aus denen werden Sie nicht unmittelbar einen Auftrag generieren können. Ja, das ist sicherlich so eine zentrale Frage. Warum wird eigentlich unter Nachbarn verkauft? Da gibt es natürlich viele Antworten und sehr viele unterschiedliche Erfahrungen drauf. Ich habe mal hier so ein paar Sachen zusammengefasst. Gründe für unsichtbare Verkäufe. Soll diskret ablaufen, kein Aufsehen. Es haben sich sofort Nachbarn gemeldet. Ist, glaube ich, so ein Klassiker. Kann ich selbst bei Scout inserieren? Das war gestern ja auch schön. Florentino hat das ja sehr schön deutlich gemacht. Da ist nichts mit einem Patent. Also das muss einem klar sein. Also das Konzept, was Homeday und MacMakler verfahren, also das ist natürlich kopierbar. Gar keine Frage. Und das sehen natürlich Eigentümer auch so. Kann ich selber. Aber Sie werden natürlich nicht die Dimensionen erkennen, so wie wir vielleicht Defizite haben bei diesen gut durchorganisierten Prozessen, digitalen Prozessen von Homeday und MacMakler. So haben die Eigentümer natürlich auch Defizite. Sie wissen es nur nicht. Also wenn die dann halt zu günstig verkaufen, ja, who cares? Also ist halt weg. Also machen die sich auch keine Gedanken drüber. Also sagt ihnen ja auch keiner. Aber das ist ein interessanter Ansatz, wo man gucken kann, wie man das zum Beispiel mit Kommunikation beheben kann. So, dann Verkaufspreis kann man ja überall abrufen. Deckt sich das so mit Ihren Erfahrungen auch? Vergleich in Ergebnislisten und so weiter. Kostenlose Bewertungstools gibt es schon. Nein? Also es wird schon viel, man hat schon viele Möglichkeiten, wenn man jetzt wissen will, so was ist denn ungefähr meine Immobilie wert? Wir wissen, es geht nicht um eine echte Bewertung. Aber wenn ich nur meine Orientierung haben will, finde ich sehr schnell Möglichkeiten, um eine Ersteinschätzung zu bekommen. Das ist nicht das Problem. Der Makler macht den Verkauf unnötig teuer. Wie oft hören Sie das? Relativ oft. Sicherlich auch vermehrt seit dem neuen Maklergesetz. Und eben auch den Makler muss man ja jetzt zahlen. Zumindest in den Gebieten, wo die Außenprovision üblich war. Hier im NRW war ja schon immer Split-Provision, hatten Sie schon, also geteilte Provision. Da ist das vielleicht nicht ganz so entscheidend gewesen. Okay. Also wenn wir das so feststellen und analysiert haben, was ist eigentlich bei denen los, dann muss ich natürlich fragen, wie kommuniziere ich dann eigentlich meine Mehrwerte und vor allen Dingen die Lösungen. Ja, weil bei diesen Eigentümern stehen ja Bedürfnisse im Raum und für diese Bedürfnisse gibt es Antworten. Und das ist das, was wir eben feststellen, was eben in leider sehr wenigen Maklerbüros bisher gemacht wird. Es werden eigentlich nicht die Lösungen dargestellt. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Referenzen. Bei Referenzen wird sich sehr schnell darauf ausgeruht, die Google-Bewertung zu pflegen. Es wird sich ein bisschen darauf ausgeruht, Immobilienreferenzen einzustellen. Aber wenn man mal ehrlich ist, sind genau diese Referenzen Quantitätswerte. Das heißt also, jeder weiß, das kann man irgendwie auch manipulieren. Aber die Qualitätsaussagen, die fehlen. Also ich höre viele Storys, was sie alles gut gemacht haben. Nur sehe ich das zum Beispiel in ihren Webseiten eigentlich nicht. Ich sehe eigentlich nicht, was sie wirklich lösen. Also nehmen wir jetzt mal so einen Fall. Hat bestimmt jeder schon mal gehabt. Der Eigentümer hat einen Preis zu hoch angesetzt, ist ein Ladenhüter geworden. Wollte selber anbieten. Dann war er verzweifelt. Dann hat er eben doch irgendwie den Weg zum Makler gesucht und hat festgestellt, okay, die Immobilie war am Markt verbrannt. Also musste alles nochmal auf Reset gestellt werden. Wir müssten nochmal von vorne anfangen und auf einmal hat es funktioniert. Ist das ein Erfolg? Definitiv. Ja, diesen Erfolg, den kann man erzählen und das sind Qualitätsaussagen und in der Regel kriegen Sie ja auch von denen ein Qualitätszeugnis. und dieses ist ein sehr wichtiger Punkt, um Ihnen zu kommunizieren. Schauen wir uns mal an, was haben wir eigentlich für Kanäle, wo wir was kommunizieren können. Es sind nämlich viele. Es gibt nicht nur einen, sondern es gibt wahnsinnig viele und in diesem Dschungel der verschiedenen Kanäle, wo man was kommunizieren kann, kann man sich leicht verirren. Ich bringe das mal in dieses Schema hier und sage einfach mal, dass Online-Marketing, also sämtliche Online-Marketing-Aktivitäten, die Sie durchführen, lassen sich in zwei Hauptkategorien trennen. Die eine ist das Passiv-Marketing. Da zählen rein Suchmaschinen-Marketing im Sinne von Suchmaschinen-Optimierung und natürlich auch in dem Kampagnen-Schalten. Also man kann es vereinfacht sagen, gefunden werden. Und das Komplementär ist im Prinzip das Aktiv-Marketing. Da warten Sie nicht darauf, dass Sie gefunden werden, sondern Sie gehen das selber an. Da gehört das Content-Marketing rein, da gehören rein E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, Webinare, Events und natürlich auch durchaus Brücken zu analogen Werbemitteln, wie zum Beispiel Flyern-Print-Marketing. Also da gibt es ja interessante Brücken zwischen Digital und Analog oder zwischen Analog und Digital. Deswegen kann man das nicht mehr ganz so scharf trennen. Aber spannend finde ich vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob hier ein Pointer dran ist, spannend finde ich den Punkt beim Aktiv-Marketing, wenn wir uns da mal reinschauen, was ist denn eigentlich davon die Wama-Quise? Das Ding ist ganz schön, das ist die Wama-Quise. Das ist ein Teil der Wama-Quise.